Ich weiß halt überhaupt nicht Lila, Magenta Ich wüsste wirklich gerne, welches jetzt was ist Damit ich das abschätzen kann Wir hätten gerade bei den Spielerfarben Darauf achten sollen, wer gestorben ist Und welche Farbe das war Ja Wobei wir uns ja mit den Links nicht gebettelt haben Bis jetzt nicht Ich glaube, die haben alle das Wasser zugebaut Nur wir nicht Ich glaube, das scheint eine sehr Verbreitete Taktik hier zu sein Ich habe das zum ersten Mal Ja, ich auch, aber vielleicht Haben die Leute das alle gelernt, nur wir nicht Das Problem ist, je höher ich komme Je unwahrscheinlicher ist es, dass ich das Wasser gleich treffe Ach du machst das schon wieder Ja, ich wüsste nicht, wie ich da sonst Rüberkommen soll, außer mit einer Enderperle Und für eine Enderperle bin ich zu geizig Wenn ich ehrlich bin Ich hätte mir Ah ne, einen falschen Was gab es denn hier noch? Einen Rettungsschleim? Ja, aber du weißt ja, ne? Du kannst dich nicht komplett fallen lassen Ich bin mir halt nicht sicher, ob es hier nicht Bei einem Rettungsschleim geht, weil der Keinen Fallschaden macht Deswegen Schleim und nicht Rettungsstein Na gut Okay, die haben auf jeden Fall ihr Wasser zugebaut Aber die nicht Hm Sprichst du aber denen runter, die kein Bett mehr haben Selbst wenn, da ist ja ein Weg zwischen Das wäre ja egal Erstmal hinkommen Ich bin mir nicht sicher, ob meine Steine reichen Wäre scheiße, wenn nicht Aber doch, sollte eigentlich reichen Zu denen schon Einmal über die ganze Map gebaut Läuft Gibt's hier Leitern? Weißt du das? Puh, ich weiß ja gar nicht Ich glaube, ich baue mich sogar zu denen, wo das Bett noch lebt Also die direkt neben uns sind ausgeschieden Beide, von beiden Seiten Das Problem ist, der Typ Die sind beide in ihrer Base gerade Ich müsste jetzt warten Ich sehe das von hier oben, so gerade eben So kleine Ameisen Ich müsste warten Bis die rüberlaufen Die Frage ist halt nur, ob die dich gesehen haben oder nicht Bis jetzt nicht, glaube ich Die schießen die ganze Zeit Pfeile zu dem Gelben Aber Rot hat das Spiel ja eh verlassen, also Ich habe ein bisschen Panik Dass ich das Wasser nicht treffe Ja, das würde ich dir sogar zutrauen Nach der einen Bronze-Challenge Er hat uns aber Er hat mich gesehen Aber die treffen mich mit den Pfeilen nicht Das heißt So weit hoch kommen die nicht Der eine hat eine Ender-Perle sich gerade gekauft Ich weiß nicht, wo er sich hin Ich habe es gerade in der Hand gesehen Jetzt bauen sie das Wasser zu Die Schweine Die Schweine Bau weiter Aber im Kreis Diese Schweine, Mann Ich könnte natürlich mit TNT kaufen Ich habe aber nicht mehr so viele Steine Damit komme ich nur noch Wahrscheinlich nirgendwo mehr hin Hm Darf der Spitzer kommen Wunsch zu kommen? Ja, aber das lohnt sich ja nicht Da kann ich mich ja besser In den Tod schmeißen Okay, langsam fallen die Betten Mhm Grün hat sich also um Blau gekümmert Okay Grün waren die, die uns gerade so genervt haben, ne? Äh, sind die Grün nicht? Achso, ja, ich glaube schon Ich versuche es jetzt nochmal bei Gelb Bezweifle aber, dass das klappt Ich habe Angst, dass die Magenta oder Lila Typen jetzt zu den anderen Magenta oder Lila laufen und sich eine Ender-Perle kaufen und bei uns rüberwerfen Das können die nämlich machen Wie gesagt, eine Ender-Perle gekauft haben sie sich ja schon Und die bauen auch hier das Wasser zu Da soll ich das Bett noch zubauen Aber dann habe ich keine Sicht mehr auf nichts Ja, ich mach das mal Ich habe nicht mehr viele Steine Ich muss gleich springen Ich habe noch 10 8 7 Also hier oben Kann man sich auf jeden Fall verstecken Wenn wir gleich irgendwie abhauen wollen und die einfach nur noch ärgern wollen Das schaffe ich glaube ich nicht Das Problem ist, ich muss mit Anlauf springen Und wie soll ich denn von hier oben abschätzen können Ich direkt im Wasser lande Ich versuche es, ne? Hat ja eh keinen Sinn Ja Was war das denn? Bam! War das, hast du das? Ja! Ah, sehr schön Ich habe es geschafft, das Bett zu zerstören Ich habe es geschafft, im Wasser zu landen Ja, Mann, du Ich bin so stolz auf mich gerade Ja Und das sind die Nachbarn von unseren Nachbarn? Ich sterbe Der hatte einen Stärketrank oder so Der hatte rote Hände Das sind die gelben gewesen Das sind Links die Dritten Äh, ja Okay Also schon ziemlich weit weg Aber auf jeden Fall Boah, ich habe mich gerade erschreckt Ich bin jetzt gestorben Ist aber nicht so schlimm Ich habe ja was erreicht Aua Was war das? Was du das falsch hast? Ich bin runtergefallen Gut Hui Ähm, ist das das beste Kettenhemd in der Truhe? Nein Das ist das, was ich hatte, bevor ich mir das Beste gekauft habe Ich gönne mir jetzt auch nochmal Equipment Ah ja, sicher Ähm Sogar die gönne ich mir Ich weiß noch nicht genau, ob ich mir den Bogen oder ein Schwert gönne Ach, weißt du, wat Wat soll denn der Geiz? Alles 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 hab ich Außer was zu essen Ähm Ne Schwert kommt Auf die Eins Das kommt auf die Zwei Äh, das kommt da hin Hallo Many Das ist ein Grüner gewesen Okay, die Grünen sind jetzt nur noch alleine Was? Wie? Was? Da hat einer das Spiel verlassen Achso Erstmal was zu essen Kaufen Okay, Grün ist draußen Ich geh zu Grün rüber Ich guck mal, ob da noch was liegt oder so Mhm Ich hab jetzt Angst, dass ich getroffen werde von irgendwas, aber Ach, da scheiße Die haben ja den Weg abgebaut, die Schweine Ja, irgendwo müssen wir ja sowieso hinbauen, oder? Wir warten, aber wenn wir warten, dann Dann können wir in der Zeit irgendwie Ja, aber wenn wir warten, werden wir angegriffen Dann können wir die eventuell zurückschlagen, aber haben dann immer noch keinen Weg Und die schon Also irgendwann müssen wir einen Weg bauen Da rechts bewegt sich irgendwas Oder ist das einfach nur eine Grafik? Hm Ich weiß nicht, warum die Grünen verlassen haben Kann halt durchaus sein, dass da irgendjemand bei denen ist oder so Vergiss nicht, Gelb ist auch noch da Zwei ohne Bett, aber Ja, aber ohne Bett Magenta und wir haben noch ein Bett Oh, die Magenta bauen da zu deinem Weg hoch Ernsthaft? Ja Wir müssen das hier zubauen, schnell Das ist ja Deswegen habe ich es nicht direkt da gebaut, wo Äh, unser Bett ist Sondern weiter weg Ich hab keine Steine Das, die sind jetzt schon oben, ne? Du brauchst das unten nicht zumauern, glaube ich Wenn ich das jetzt hier oben zugemauert habe, müsste eigentlich Ne, da ganz unten ist noch, okay Außer die bauen sich halt mit einer Spitzhacke den Weg runter Aber dann könnten wir die eigentlich theoretisch Ja, dann ist das Die bauen sich, ne, die bauen sich Hm Die Frage ist, die können sich natürlich versuchen Irgendwie mit der Enderperle direkt aufs Bett zu schmeißen Ja Ich gehe schnell hoch Ich bin auch schon hier oben Frage ist, ob ein Stärketrank nicht sinnvoll wäre Kann sein? Nö Ist ja genug, um einen zu kaufen, für den Fall der Fälle Wieso baust du dich so weit hoch? Ja, die kommen jetzt zu uns, genau Ja, aber wieso baust du dich so weit hoch? Damit ich die eventuell treffen kann Aber die können dich dann auch treffen Egal Ich habe gerade Angst, dass die von der anderen Seite gleich kommen Ist das Wasser überall zugebaut? Ein Fleck ist, glaube ich, noch offen Also wenn die das treffen, ne, dann Ich habe alles, mache alles zu Ja, die schießen mit dem Fallen runter Möglich wäre natürlich, jetzt sich mit der Enderperle irgendwie zu denen rüber zu schmeißen Also nicht von hier, aber Ja, ja Sind beide da oben oder nur einer? Wir sehen nur einen Was ist das? Da hat irgendwas platziert Vielleicht TNT? Ja, der läuft jetzt weiter Ja, das ist TNT Das hat es ja vollgebracht Soll ich mich hochbauen? Ich weiß nicht Aber der hat einen Bogen, ne? Der hat einen Bogen Wo ist eigentlich der andere? Das ist die Frage Ich überlege Stärketrank oder Enderperle? Ich weiß nicht Dafür müsste, für eine Enderperle müsstest Also damit sich eine Enderperle lohnt Müsstest du Aber ich wurde getroffen Müsstest du erstmal, ähm Einen Weg zu den Nachbarn bauen, ne? Zu den, von den Nö, ich würde mich zu den Nachbarn werfen Und von da würde ich laufen Weil da ist ein Weg vorhanden Okay Oder ich kaufe mir zwei Enderperlen Aber Ich habe ihn zweimal getroffen Oh, stark Deshalb versteckt er sich Ich kaufe einen Stärketrank Wenn ich jetzt verrecke, ist es halt wirklich scheiße Dann haben wir Ja Wir müssen halt nur auffassen, wo der andere ist Oder von wo er kommt Von hier unten schaffe ich es nicht Bis nach ganz oben Und der Pfeil kommt wieder runter Einmal gedreht Und dann fällt er wieder nach unten Ja, das ist jetzt clever Weil da hat sich jetzt ein Loch gebohrt Wodurch er schießt Hm Er hat mich Was? Wie hat er das denn hingekriegt so schnell? Ja Was machen wir jetzt? Hm Deswegen meinte ich doch Du sollst dich nicht da hochbauen Weil er einen Bogen hat Ähm Willst du den Bogen haben? Ich gehe mit dem Schwert Mach was anderes Hast du einen Dreier? Ja Mir egal Da ist er, da ist er, da ist er Ja, Bett ist kaputt Hast du getrunken? Ja Sehr schön Ja, äh Ich Was kostet eine Enderperle? 400 Hast du den Pfeil hier? Hast du mir alles gegeben jetzt? Den Pfeil müsste ich irgendwo hingeschmissen haben Ich habe gar nichts Ach ne Hier Da Und da Danke Wohin soll ich eigentlich gehen? Keine Ahnung Ich kann es dich ja hochbauen Stimmt, eigentlich eine gute Idee Wir haben ja nichts mehr zu verlieren Ich kaufe mir jetzt eine Enderperle Hat keinen Sinn Ja Ich muss irgendwie Ich weiß nur noch nicht, wie ich die werfen soll Muss Nahrung kaufen Alleine, weil der Stärketrank die ganze Zeit läuft Will ich die jetzt Ja Nutzen Ich werfe mich erstmal da hin Und Ist klar Zu tief geworfen Ich bin dagegen gesprungen mit der Enderperle Oh Mann Bist du tot? Nein, ja Scheiße Das gibt's doch nicht Ich hab so lange keine Enderperlen mehr geworfen Ich war es nicht gewohnt, wie hoch ich die werfen muss Ach je Ich hab fast befürchtet, dass Magenta dieses Spiel entscheiden könnte So als ich gemerkt habe, dass die Das zubauen in dem Moment, wo sie gesehen haben, dass ich da bin Das war so ein bisschen Ja Aber trotzdem Dass die Enderperle jetzt so scheiße kam, war Mist Das passiert mir immer, solche Kleinigkeiten Dieses Mal war es keine Kleinigkeit Was hast du dir jetzt geholt? Steine Ich baue mich jetzt hoch und Wobei ich Und dann? Ja Was soll ich jetzt machen? Wie viel Hast du denn noch? Wie viele Punkte? Gar nichts mehr? 86 Hast du schon aus der Kiste alle Blumen genommen? Nein Was soll ich mir kaufen? Enderperle sagst du? Wie viel hast du jetzt? Moment Ah, nicht platzieren Kann man die wieder abbauen? So Gut Komm, Fisch, finde, scheiß Chat 900 Irgendwas Aber da ist noch eine Blume Die steht da noch Ist wohl eine andere Kann sie nicht abbauen Egal 900 irgendwas Stärketrank und Enderperle Stärketrank Hast du ein Schwert? Nein Gut Aber Schwert kostet nicht so viel Kostet 150, glaube ich Jaja Bis ich eingekauft habe Sind die wieder bei mir Könnte durchaus sein Wobei ich glaube Die werden sich jetzt erstmal mit Gelb beschäftigen Weil Gelb Toll, ich habe bei Gelb das Bett kaputt gemacht Und das hat quasi den Magenta mehr geholfen als uns Das Problem Ich brauche immer noch die beste Rüstung Und ich brauche immer noch eine Spitzhacke Was? Achso, ich dachte, das hättest du alles schon Ich dachte, das hättest du doch alles schon Aber ich gehe da jetzt ohne beste Rüstung hin Ich sage mal so Verbinden wirst du die Runde wahrscheinlich sowieso nicht Es geht eigentlich nur darum, dass du vielleicht noch die Magenta ein bisschen ärgerst Hast du jetzt einen Tranko holt und eine Perle? Ja Spitzhacke? Ja Schwert? Ja Was zu essen? Ja Wieso habe ich denn jemanden getötet? Ich bin doch schon seit Stunden tot Das ist der Geist Ja, wahrscheinlich Ja, wahrscheinlich Vielleicht ist jemand Die sind wahrscheinlich da oben und killen mich einfach so Ach, du baust dich hier hoch Okay, ich dachte, du wirfst die Enderperle Ich habe ja nur eine Ich dachte, du wirfst die einfach und guckst dann, wie du von dem Was ist denn das? Lilan, rüberkommst du im Magenta? Naja, ist ja auffälliger Und wenn du dich sneakst? Ich will ja von oben sneaken, außer die stehen jetzt da oben, ich weiß es ja nicht Ich bin bei dir, ich sag dir nix, ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich es nicht weiß Aha Was? Vielleicht wurde der Kill für mich gezählt von diesem Gelben, weil er gestorben ist durch Selbstmord, nachdem ich sein Bett zerstört habe Ja Oh, der Gelbe räumt gerade noch ein bisschen auf Okay Wenn du dich schlau anstellst, wartest du jetzt da oben Bis die Gelben Das sind die Zweiten, nicht die Ersten hier unter mir Nee, das sind die Zweiten Ich hätte wer gesneakt, glaube ich Das ist jetzt schon sehr auffällig, dass du Dass du da bist Oh Gott Oh Gott Okay, das heißt, die sind aber bestimmt beim Gelben Versuch Bin ich schon über den? Ja, so ziemlich Einer ist da, die sind beide Du hast auch die Fein nicht, ne? Nee Der eine läuft in die Mitte und der andere baut das Bett noch besser dazu Ja, ich warte Komm, geh weg Oh Mann Aber er nimmt nur Steine, sei froh Und keine Keine Kisten Ich seh nix Ich will sehen, was der macht Geh nach vorne Okay Jetzt ist er beim Shop Und geht jetzt Nicht in die Mitte, schade Ich dachte, er geht in die Mitte Jetzt versteckt er sich unter dem Baum irgendwie Mhm Als ob man das nicht sieht Okay Man sieht es nicht, wenn man nicht weiß, dass er da hingegangen ist Ja Und nun Eventuell Stärketrank Enderperle direkt draufwerfen auf das Bett Stimmt Bett zerstören Und dann Warte, warte Bord da hin Nee, der guckt Schade Wenn die schlau sind, lassen die das Bett jetzt nicht mehr aus den Augen Einer bleibt immer da Ist er jetzt auf dem Bett? Mhm Ich meine, wenn ich ihn töte, dann kann er mich immer noch runterschubsen Eben Ah Ich bin mir nicht sicher, ob er dich gesehen hat Er hat gerade hochgeguckt Ja Wo ist er? Scheiße Ach da, am Baum Wo ist denn der andere eigentlich jetzt? Keine Ahnung Ja Trink doch einen Stärketrank gleich und versuch's einfach Mein Gott, hast ja eh nichts zu verlieren Stärketrank trinken Ja Er geht in die Mitte Jetzt nicht verhauen Ich würde hier einfach erst mal springen und die Enderperle dann in Okay Surprise, Motherfucker Haha, sehr schön Schade, dass ich das nicht bin Äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun würde Du hast jetzt gerade noch einen Stärketrank Schade War aber ein schöner Versuch Wir haben sich aber geärgert Eben, immerhin hast du das Bett noch zerstört Schön gemacht Nun gut, das war's für heute Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Ciao, ciao Mast 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 Mast